Essenzen übrig Schau mal hier sind noch ein paar Aufgaben machen wir die gleichwäsche Schau mal mal Sammelt Blaubeeren für Celandines medizinischen Tee und der ist wahrscheinlich für Dings Streicher oder muss man schauen steht bestimmt für Amdi Streicher süßer Blaubeer Tee Sammelt Blaubeeren Du Mundo Sackheim Der Name ist auch genial Mundo Sackheim Beutlin Sammelt Keilerfleisch Für seine nächste Mahlzeit Hey ihr da ich habe ihr Oma Hey hier da ja genau Euch Großen ja wir sind ja so groß Wir könnten gerade noch beim Ausbilder vorbeischauen Jetzt haben wir ein neues Level Zwei neue Level Echt schon Ja gerade vor allem beim Wolfmeister und jetzt gerade eben Den Kriegsschreiber und schneidender Angriff okay Kriegsschreiber macht Ich lerne einfach mal beides Ich würde schon sagen Oh der macht recht gut Schaden Oh Der macht auch noch über eine längere Zeit Schaden Das ist doch cool Ja Ich schaue gerade die Heilattacke tue ich weiter hinten hin Ich habe die Heilattacke oben reintan Bei S1 und den Kriegsschreiber Ich glaube zu S2 oder Und das andere was ich nur nicht einsetzen kann Wenn ich jetzt nicht auf dem Plan ist Lass ich finden Also man kann auch mit den Tasten wie man sieht Kann man jetzt hier auch Ähm Die Befehle einsetzen oder die Ja die Aktionen Attacken Attacken Eduard hat es euch zu einem Kampf herausgefordert Nein danke nicht jetzt Machen wir noch ein paar Wolfis platt Oh ja Das ging schnell Ich will mal noch den schneidigen Dings da ausprobieren Ich hab's gerade ausprobiert Okay Der Tag ist nicht schlecht Also wir müssen dem Pfeil nach Dem Ring mit dem Pfeil oder Schon Ja Schon länger nicht mehr gespielt Zack Ja das hat kein Schaß Gegen zwei von uns Okay warte geht's Ich glaube es war doch gar nicht so schlecht Dass wir beide Hauptmann genommen haben Es kommt beide gegenseitig heilen Ja eben Sind zwar beide Nahkampf was ein bisschen nachteilig ist aber sonst Mein Gott Kriegen wir eigentlich nur so Wenn der Nahkampf verstirbt und hat der Fancamp heute ein Problem Ja Das wie man sieht die Viecher hier sind nur auf einem ziemlich niedrigen Level Ja Level 1 und 2 Wir müssen rechts zum Recht Da lang oder Ja stimmt Wo ein Boston Fell Ferkel Ein Ferkel Zack Kampfschrei Ja Heid Heidenei Läuft das einfach mit davon Heidenei 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 Oh so ein Stück Keilerfleisch Ah ah ja das war mir auf Schau mal wie wir da haben Hihi Ja Oh jetzt glaube ich kann ich die Nummer 6 dann einsetzen Heiden brauchen wir jetzt glaube ich noch nicht Ähm Wum Ah da sind noch Ferkel Ja Kommt Kreis an Und zack Und Mensch ich kann es Ah jetzt Jetzt kann ich es ausrauben So Da haben wir noch eins Wie viel Fleisch hast du jetzt? Ich hab eins Heidenei Bleib stehen Na greif doch zu viele Schweine an Ich bin auch so ein guter Ich bin vielleicht noch mehr Attacken einsetzen Ja Bei mir stand das Schweine auf einmal hinter mir Ja genau Bei mir auch grad vorhin Wo bist denn du hin? Ich bin hinter dir Hinter mir? Ja Ah ne Ah ich glaub dem Ah sorry ich glaub dem falschen hinterher Heidenei Heidenei Da wirst du Heidenei Gerade der grüne Punkt ist irgendwo Heidenei Ein Schwein braucht man nur oder? Ich brauch nur zwei Heidenei Heidenei Meine ausrauben die liegen da bestimmt nur rum Oh ok Ah ich schau mal da hinten rum da sind nur genug Heidenei 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 So hab ich jedenfalls verstanden Minus 15 Angriffsdauer Ne ich glaub das ist eher eine Oder? Warte nochmal Ich glaub das ist eher eine Attacke zu Sobald ein Gegner besiegt ist lasst ihr einen Schreier klingen der die Gefährten in eurer Nähe schneller und beherzter angreifen lässt Ja und das ist so ein Aufzählung stichweil Punkt Nummer 1 15 Prozent mehr Angriffsdauer Achso ok Also ich denk wenn's Minus wäre wäre es direkt da vorne mit ohne Leerzeichen Das heißt man greift schneller anderen Ja Wollte ich nicht mehr was machen Ja Wollte ich nicht mehr was machen Ja Ah ich noch noch 1 fällt mir grad ein Seh ich grad aber da haben wir noch 1 Ja Also dass wir immer so zielstrebig dem Ziel zu rennen erklärt sich dadurch dass eben die Ringe das hier anzeigen Genau So und da hab ich mein letztes Fleisch Da müssen wir Ach da vorne ist er Genau Schösslingshof Und natürlich jumpen wir über die gleich hohe Mauer Und hier ist schon ganz schön was los du Bittet um Geht die Gefahr Jetzt haben wir einen Wegumhang bekommen so wie es aussieht Ja Jetzt geht nach Schlucht und bittet Hilfe 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 gegen die Gefahr des Schwarzwalds Machen wir Ah der Umhang sieht grässlich aus Ja den konnten wir doch irgendwie wegmachen Ah das war im Charakterfenster bei C das weiß ich noch Bei C bei C ja Ja Umhang Äh Ausrüstung Umhang Umhang 4-Werk oder At-beating werben das kann nicht auf das Auge liegt mehr so weg Echt? Ah, Umhang. Ah, perfekt. Der hier hat auch wieder eine Aufgabe. Ich soll mir die auch klar mitnehmen. Ich würde schon sagen. Und außerdem müssen wir noch Blaubeeren sammeln. Also die Waffe hier ist wesentlich besser. Okay, jetzt müssen wir nach denen schauen. Aber das machen wir schnell. Und das sehe ich schon, einen geschliffenen Zweihänder. Ja. Ja, der eignet sich doch gut. Machen wir das gerade, oder? Ja, ich habe es mir mal angenommen. Da oben ist schon mal Nummer 1. Oder? Ja. Ach so, ja. Klar, können wir gleich machen. Wir wissen ja nicht, was in Schlucht auf uns lauert. So, das ging schnell. Oh. Oh, da haben wir doch schon den Theodor. Pennt da am Boden rum. Was, der pennt? Äh, okay. Ich nehme es zurück, der. Ja. Äh, heh, heh, ja. Gut. Leblosen Körper untersuchen. Das sagt alles aus. Hm. Okay, wurde ermordet. Also so bequem liegt der nicht dran. Da ist schon der Nächste. Und da ist ein Heidelbeer-Strauch. Das müssen wir nicht Blaubeeren sammeln. Das reicht nicht auch gerade. Das sind Heidelbeeren nicht Blaubeeren. Ich weiß es nicht. Fö. Ach, hier ist der Nächste. So. Wo ist der Nächste? Ach so. Ähm, also hier ist nur ein Heidelbeer-Strauch. Ah klar. Sollt ihr auch nur mitnehmen. Ihr könntet uns ja mal in die Kommentare schreiben, ob das das gleiche ist. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Und auch sonst Kritiken oder sowas, das könnt ihr reinschreiben. Genau. Und auch Fragen und so werden wir euch natürlich antworten, so gut es geht. Ja. Ansonsten viel Spaß beim Schauen. Genau. Und dann schauen wir mal. Und dann schauen wir mal. Du bist denn da vorne bist. Ja. Ich habe den Nächsten. Du hast den Nächsten? Nächsten Ring entdeckt. Ah, gut. Wart, ich brauche noch einen Heidelbeer-Strauch. Der ist irgendwo da hinten. Hab ihn. Hab alles. Na, fast alles. Fleisch haben wir. Blaubeeren haben wir. Und jetzt müssen wir nur noch um Hilfe bitten und die letzte Leiche finden. Falls der Typ auch tot sein sollte. Ah, da oben flackt er. Ja. Genau so tot wie die anderen. Das wird wohl weiter sein. Was war das? Seid du. Das sah gerade aus, wie wenn du erschrocken wärst. Okay. Ja, soll man da schon reingehen? Weiß nicht. Also komm zu zweit. Sollte kein allzu großes Problem sein. Wir können uns ja auch... Ja, komm, die sind stufe fünf, die sind. Offerwüste, so geht es. Eine Stufe höher als wir. Ja, mein Gott. Sind das so noch. Okay, passt. Da ist der Nächste. Was ist das? Was ist das? Dass die ganze Attacke zu lang aufladen müssen. Oh, und Lieutenant. Oder leutnant, was weiß ich. Lieutenant. Kommt, schneidiger Angriff. Zack und weg. Genau das wollte ich eigentlich gar nicht einsetzen und ich hab die Attacke nicht gefunden, aber die sind ganz hinten. Nicht deswegen zu Risse gleich oben hin, den Schrei und die eine Attacke. Ja, das ist auch eine gute Idee. Ah, Bogenschütze. Alter, wie lange lebt die? Boah, jetzt hab ich mal geheilt. So. Da hinten scheint noch fair zu sein. Ja, der Anführer. Der Anführer. Oh, da ist hinten ist noch einiges los, du. Ah, das war nicht allzu schwer. Oh je, ich glaub, das macht man alles dabei noch. Überzeigen, wir fangen hier an. Was bald. Oh, jetzt. Ah, oh. Oh, sehr schön. Jetzt werde ich neue Titel verliehen. Charakterfenster. Okay. Titel hier. Ich nenne mich einfach mal Winfried der Wachsame. Tja, kann ich auch nur oder Kondor. Ja, ich hab total. So, passt. Kondor oder Wachsame. Also gut weiter, da ist der nächste. Ach, du. Ja, da kommt schon. Nee, nee. Jetzt hab ich doch. Egal. Tschö. Einmal. Ah, da kommt schon. Ah, die schwarz wird die Jagdspinne. Genau, so sieht's aus. So, jetzt schon das Angriffstempo. Du auch? er ist und beim ausdrucklich nix für die heilung das gedankt es ging schnell und von hinten die denn immer besser schadet feuer und seien also lagerfeuer nicht ja logisch kommt ein bisschen im lagerfeuer ich schrei den jetzt darunter und ich stehe hier hat er ist er nach einem schrei tot gewesen gerade ich bin ich bin durch da waren noch zu ja ich glaube die Sporn immer wieder nach Felix ja ich weiß aber den wir schaffen der Anführer ist auch schon wieder da ich glaube da kann hätten nur einiges zu tun oder da alles blatt machen wollen die Mauer er gibt es durch gute ne ich glaube du gewinnst den Kampf und ich hab so kommt du hast bekommen ja der Kirche von der Sonne bekam mal die nächste Aufgabe wir gehen davon heraus oder die Welt gleich gemeinten aus die hatte ich verfehle alles zu spät also ich hab alle bestimmt fünf schläge verfehlt es kommt noch ein Sträuch was gibt es noch Jagdspinnen Lieutenants Anführer gleich am nächsten das ist der nächste Leutnant Lieutenant Prozent die doch ein Schein das ist auch und so leichter und so ganz im Dunkeln jetzt wird wieder hell ja ich glaube das Lager in dem Gebiet kann das sein oder so in ihr oder so wird er auch mal nur hinter nee also bei mir ist alles hell noch vielleicht ist vielleicht ist schon wieder Tag worden jetzt ist wieder dunkel ja genau so sieht's aus und gleich ist wieder hell ähm ja kein Kontakt logisch was wird der jetzt von mir aha ein tauchendes Schwein schau dir das mal an da jetzt siehst du hast du vielleicht auf die Uhr geschaut nee hab ich nicht na egal so so la la muss ich sagen weiter geht's weiter geht's oder sag mal kurz schneiden ich würde sagen wir gehen die Gäste noch ab und dann können wir mal schneiden okay das ist die Leiche ich finde sie ist wie lange das schon liegt Prozent schon länger schätze am Ende sehr wenigstens verkaben können es wirklich und jetzt kriegen wir endlich tun schon die beste Axt wieder oder der Zweihändler mitgenommen links geschliffenen er sind nur einhändige Waffen eigentlich sieht der Scheiße aus der der vorne total stumpf eine Wache zu Waffe zum Stechen also jetzt müssen wir noch schnell nach Achit und dann dürfte die Sache passen Ah nee wir müssen nur schnell nach Schlucht Achso ich würde sagen was uns in Schlucht erfahrt verfahren wir das nächste Mal oder eben eben also dann bis zum nächsten Mal jo und wir verabschieden uns mit einem schönen Saito 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 ganz hoch ganz hoch knochen wir uns einfach zack bis zum nächsten Mal tschüss ciao